Habe ich aus Versehen aus dem Reflex. Machen wir einfach. Ich gehe rechts, du zu deiner komischen Plattform. Oh oh oh, Internet. Alles klar, die sind wieder hier bei mir. So weiß ich. Ja. Ja, hier gerade ein bisschen... Bisschen Scheiße läuft's. Wow, lecker. Ja, und mir auch. Egal. Irgendwie werden alle Noobs hier auf einmal völlig überprüft. Oh. Das war so mega Langeweile, ne? Was? Das war so mega Langeweile. Ich? Ich. Oh, Scheiße. Bei zwei. Schönes Ding. Kommen die wieder bei zwei? Einer bei drei? Ja, einer bei zwei. Ah, einer bei... Ja doch, bei zwei. Beide zwei. Beide? Ja, beide zwei. Ja. Ja, das... Weil ich gerade so lagge. Ja. Ich hoffe, es lag nachher nicht so auf die Videos. Ihre schlecht werden, ne? Egal. Holen sie uns. Ja. Keine Ahnung. Sind voll... Ja. Wie soll ich das sagen? Der eine oben. Pass auf, da hinten. Ja. 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 Das ist, weil alle einfach auf mich gehen. Kann ich nicht machen. Kann ich nichts machen. Kann ich nichts machen. Bies. Bei drei, bei vier. Denk ich mir mal. Egal. Den rupp ich jetzt mit Snipper. Oh Gott. Gut. Von hier, von hier. Der ist mies angefrackt. Also müsstest du den locker kriegen. Ja. Mit, mit, äh... Standardwaffe hat der immer noch extrem viel Habe sozusagen. Und wenn man so oft noch trefft. Boah, leck. Wieder. Nein. Oh fuck. Da hat er keine Mönchung mehr gehabt. Nicht schlimm. Ja, passt schon. Passt schon, mein Lieber. Siehst du, jetzt holst du sie dir hier. Ey, Standardwaffe hat, dann kannst du auch was machen. Ja, Camper, man. Alter Sack. Ja, und wieder Back. Back. Round Start. Einer ist bei zwei. Mann, ey. Bei zwei, ja, ne. Na gut. Ja, beide gleich, glaube ich. Ich denke ich. Ja, beide, beide. Gut, nimm du die von links, ich von rechts. Okay, einer kommt schon wieder zu mir. Das ist so klar. Hab ihn. Wo ist der andere? Hab ich. Wies. Hast du grad wieder Aim-Bot an? Ja, hab ich. Weißt du? Gut. Hab ich, so. Fuck. Ich bin einfach für so mies. Nein! Nein! Wieder ein Disconnect oder was? Lava. LOL!